Ich hab gestern einen am Bahnhof eingesehen, der hat sich auch schon gegeben. Voll mit mir. Komm, direkt noch die Steherböden. Ja, direkt auf den Sekt hier. Umgelegt durch. Das haben wir ja komisch gemacht hier. Warte mal. Was war das denn? Der mit seinem Schild, ne, der geht mir voll auf den Sack. Das Schild ist voll gut. So, ich dachte schon was. Ist man denn schneller hier mit Einflickklick oder mit einem Dauer-Autofeuer-Mensch? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Mach ihn doch aber weg, den Jungen. Wow, das war gut. War noch meiner? Ne, ich hier. Das hat er jetzt. Ich mach mal. Two eliminated. Dieses Wandspringen, ne, das ist noch ein bisschen. Ja, hat er mich auf ein Leben geholt, der Jungen. Ich glaub, die Schrotflinte ist definitiv das massivste, die stärkste Waffe hier in dem Game. Aktuell. Ja, wenn du ihn gut triffst, ne? Keine Mut, der hat ja mehr Mut als ich. Bratz! Mir ist ein Boys. Was hab ich denn? Ich hab ne heilige. Wir warmst mal, dein Name ist noch so. Besser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn hier? Schrotze. Oh, da hab ich ihn geholt. Was, was, was? Was hat er denn da weggemacht? Bitte, was? Was hab ich denn hier vor? Reload. Komm, ich will einmal so ein Ding. Oh, besser. Was, 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 was tut er? Bitte, die. Hab ich den jetzt ges... Oh, geht's hier ab. Da ist der weggepropft, in den Schacht. Glaube ich hab ihn. Nein, hat er mich geholen, der... Platz, guck mal, Platz 1, Digga! Ja, Platz 1, sagt er, Platz 1. Backen, ey. Boah, was für ein Heilen hier? Hört Platz gesetzt, so nämlich, so ein Ding ist das hier nämlich. Ja, genau. Ich hab eher was, dass irgendein Ding rausgepackt ist. Wo sind hier die Leute? Wobei ist denn hier los? Nein, die Rakete haut ab. Alter, nichts zu sagen, die Rakete abhaut. Ach, du Scheiße. Du darfst nicht so näher, Viecher, du hast irgendwie noch keinen Hotspot. Du bist irgendwie, wenn du bekommst, in den 7 Stunden unterwegs und findst, du siehst keinen. Juhu, ciao. Äh, ich hab noch eine Rakete, oder was? Wie noch? So ein Ding ist das hier. Holt er mich so weg, der hat ihn gemacht. Aber, die Spiele fährt jetzt zu laufen, sehr schön. Wo stehen wir denn? Platz 6, mit 7 Kills. Dann spring ich hier mit. Jawoll. Ja, so nämlich. So, Platz 4 und 8 Kills. Was sind hier für Chaos? Hop in the way. Hallo. Hahaha. Woin. Oh nein. So ein Ding. Was für ein Ding. Komm Leo, komm, gib dir jetzt hart. Das war nicht die richtige Taktik hier. Komm schon. So, hab ich sie schön mit der Seilrutsche besorgt. Was ist sie mit der Seilrutsche? Wie bescheuert, ey. Wuii. Zack. Sag ich doch, so einfach geht das. Immerhin kann ich nachladen, das ist wichtig, hab ich festgestellt. Bruder hier. Da ist er. Baumi. Jetzt wird's unverstanden. Zack. Oh nein, der hat... Ich weiß gar nicht, wie kann ich hier so Special Sachen anfordern? Gibt's sowas auch? Anfordern? Anfordern geht nicht. Nein. Nimm das, Leute, nehmt das. Banane. Oh, jetzt hört ich mir selber. Ordentlich, ordentlich. Oh, wow. Ja, genau das Gleiche ist mega nauffassiert. Nehmen wir doch das hier. Was ist denn hier drin? Ordentlich. Komm hier, nehmt die alle. Nehmt alle die. Ich weiß nicht, was da ist, aber ich kann doch mal gucken, ob da was abgeht. Oh Gott, nein, Bananenwerfer. Das kriegt halt so. Das kriegt halt mega dead. Ach, guck mal, hier sind sie. Moin, Leute. Oh Gott. Guck mal, hier ein bisschen. Guck mal, hier ein bisschen Chaos hier. Ach, da war gar nicht. Oh, 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 oh. Das ist glaube ich ganz geil hier. Das wurde glaubt, ey. Nein. Ich bin Platz 1. Ich bin Platz 8 doch. Wo war das jetzt hier? Hier muss es gewesen sein. Da mit E runter. Aber was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Komm hier, Nuno. Und samt. Ich muss mich von hier mal. Ich nehme ihn hier, den Kollegen. Machen wir jetzt mal weg. Den machen wir jetzt mal weg, den Kollegen. Komm, gib ihn mal weg. Nein, lass mich in Ruhe. Lad nach, Junge. Lad nach, Meiler. Hab ich ihn geholt, ey. Und da holt er mich von hinten. Ah, Lord. Fuckbar. Hast du nicht gesehen. Lord fuckbar? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, so war es, glaube ich. Ich habe es nicht so schnell gesehen. Platz 6 mit 10 Kills, ey. Nice. Das ist mit ihm nicht ganz richtig. Also wenn du gestoast dabei hast, macht keinen Spaß. Und du was? Wenn du so richtig gestoast dabei hast, macht wenig Spaß. Nein, du musst die richtige Taktik haben. Los, Platz 1 will ich behalten hier. Ja, genau. Das wäre ich doch nicht Platz 1. Ja, genau. Du bist ein Laberkopf, ey. Komm, nindas. Zweirutel, Attacke. Hab ich keine Abo mehr gehabt, oder was ist los? Ey, zählt ja nicht von Taktik. Wenn ich so etwas höhere, wäre mir das schlecht, ey. Fuck, 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 fuck. Space. Hilfe. We're lost in dreams. Wo ist denn die Action? Jetzt rennst du wieder rum und suchst die Action. Ich hasse das. Wenn du irgendwo ganz am Arsch spornst, dann bist du echt am Arsch. Nein, hat er mich gekriegt. Hat er nicht gemacht. So ein Ding ist da hinten. Das hat die alle. Alle? Komm mal da runter. Ah, da kommen wir jetzt schon weg. Ah, da, 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 da ist Action. Komm, Platz 1. Nein. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Unter wen holen, ich muss noch ein bisschen mal holen. Ja, ich auch. Ja, ich bin noch nicht erst da. Reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht, reload. Jawohl. Das war super. Komm her. Jawohl. Das könnte reichen für Platz 1. Nein, reicht nicht, verdammt. Jawohl. Hint ihr die Daumen, Junge? 19 Kills, Platz 1. Das macht er, das macht er. Wo seid ihr? Da ist noch einer. Du hast die neunsten Kills? 10 Sekunden remaining. Aber oben fliegt. Jawohl. 20. Ja, da holt mich keiner mehr vom Platz 1. Ey. Vorbei. Mein erster, erster Platz. Nummer, Junge. Respekt. So geht das. Guck mal. Nicht schlecht, nicht schlecht, Respekt. Keiner. Also gar nicht schlecht. Da, das lob ich mir. Langsam kommt er rein hier. MVP. Wie? Wie ist das so ein planloses Rumgepraller momentan? Ja, du musst dich halt wirklich voll drauf konzentrieren, wo dein Fadenkreuz gerade ist. Weil das verliert, das verliert schnell. Das ist richtig, weil das einfach gut verschnell auch läuft. Ja, und dann denke ich, ich bin der andere Wurm. Und dann ziehe ich auf einmal ganz woanders wieder hin. Weil ich mich auf mich selber dann ziele quasi. Ja, richtig. Richtig. Das ist da ein bisschen ungünstig. Oh, legendär Waffen-Skin. Inferno. Sturmgewehr. Arrrr. Nein, ich will nichts verlassen hier. Abbrechen. So, neue Runde, neues Glück. Immer die Waffen modden. Inferno nehmen wir direkt noch das Sturmgewehr. Wie modden? Nice. Kannst du die aufleveln oder was? Wenn du oben jetzt in der Ecke guckst, da steht Spielen Wurm Waffen, dann gehst du auf Waffen. Ja, bin ich. Dann kannst du da richtig, richtig Attacke machen. Ist das auch Inferno? Ne, da haben wir nicht Inferno für. Ich möchte nichts kaufen. Ne, auch nicht. Das ist ja nur die Schrotflinde. Ich will dir nichts kaufen, aber Inferno bleiben wir erstmal. So, weiter geht's. Brauchst du noch oder bist du ready? Achso, ist ja nur Farbe. Ja, ist egal. Ich glaube, dann können wir einen mehr. Sieht aber geil aus. Ja, da hole ich mir doch direkt erstmal für 20 Euro das grüne Farbpack für den Schrotflinte. Let's fucking go. Ich habe jetzt Spielen gemacht, ne? Ja, ja. Alles gut. Guter Mann. Oh, witzig, witzig, witzig. Macht echt Laune bis jetzt, ey. Ja. Geh zügig, weißt du? Action hier, da. Bisschen Fingerfertigkeit. Ich glaube, damit übst du auch ein bisschen Zielen für. Für andere Games. Ja, ist halt mega schnell auch wieder, ne? Ist halt so wie so ein 2D Unreal Tournament, ne? Ja, das stimmt. So, gewinne ein Match ist die nächste Quest und platziere dich in den 5. Ah ne, Last Bomb Standing, okay. Ja, gewonnen habe ich. Ich musste auch 30 Sturmgewehrkills, 30 Kills. 30? Ja, das sind diese Achievements hier. Ach so, eine neue Quest? Also, mein Achievement ist 10 Kills und das habe ich abge-, abge-, ähm. Ja, wahrscheinlich habe ich gerade 20 geschafft mit, äh, mit dem Sieg hier. Ja, aber ich müsste jetzt ja auch mehrere haben, weil ich habe ja gerade, ähm, wie heißt das, ähm. Aber du hast ja nicht 20 in einem. Nein, nein, ich habe ja jetzt die 10 habe ich ja jetzt. Also müsste da jetzt meine nächste, meine nächste Quest ja 20 sein. 10 von 10 habe ich. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Mit, mit Haken dran. Mit Haken dran. Mit Haken dran. Dann mach mal einen Haken dran an das Mobbett hier. Welcome to Worms Rumble. Worms Rumble. Let's get ready to take off. Ein wunderschön genanntes Mal an all diejenigen, die dabei sind, wenn überhaupt wer da ist. Ich grüße euch, moin. Champions, ich bin unter den Champions. Bist du das. Nice. Ich kann gucken, wo sich die Action geht. Kiste. Kiste, Kiste. Auf verdrehen, nur Trott. Oh, das war ich nicht. Er hat auch eine. Geh weg, Junge. First Elimination. Was ist denn hier? Was ist denn mit ihm? Ich bin ja nicht ganz richtig. Nein, der war doof, Tobias. Oh Gott. Prats. Komm her. Dich auch noch. Oh, der war nothing. Dann gehen wir mal schnell wieder auf Rückreise hier. Weiß noch nicht, was das hier alles ist. Oh, ich will mich beeilen. Prats. Nein. Du kannst. Oh Gott, was ist denn? Nein, jetzt hat er mich. Ja, genau. Super Banane. Und dann macht er mich weg, oder was? Aber wieder gar nichts. Super Banane. Wir haben nichts gerissen, der Macker hier. Wie sind die denn alle? Ach, da unten. Ja, genau. Das gibt es doch nicht. Nein, wieder falsche Richtung geguckt. Ich wusste es. Komm schon. Komm schon, Baby. Gib mir jetzt the next one. Wo sind die denn schon wieder alle hier? Ja. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Komm. Hab ich ihn geholt. Wieder mal zwei, ey. Da unten sind sie. Ah, Banane. Nein, nicht schon wieder. Ich kann nicht wollen. Ja, das war klar. Komm noch. Komm noch. Komm noch. Ja, komm. Bist du hart, du Sack. Danke. War da mehr, der 5-17 nicht? Ja, genau. Mit zwei Mann. Nein, das gibt es doch nicht. Wenn du in so eine Zweimann-Schlacht so involviert bist, hast du echt verloren, ey. Ja, ja. Du musst doch eine Dreimann-Schlacht draus machen. Du musst echt gucken, dass du, dass du, dass du, wenn du unterwegs bist, bist, um das Und der hat ein Schild? Wie sagt der ein Schild? Der ist Sack. Nein, in seinem Plan jetzt hier. Einen geholt. Zwei geholt. Glaub ich zumindest, dass es beide waren. Bratz! In your face. Bratz! Die Waffe ist da. Geht wieder ab hier. Ja. Wenn man geht ab, geht es gut und cooler Art. Nein, einer macht. So viel dazu, mein Freund. Nein, das gibt's doch nicht. Ich hab schon 10 Kills. Echt? Wie hast du hier nicht mehr gemacht? Schnell spielen, der Papiergrab macht. Wow! Das war ein bisschen authentisch. Aber ich krieg ihn, ich krieg ihn, der war meiner. Was ist das? Meiner hat ja richtig geholt. Diese Die-Cars. Also Dead-Cats. Ich glaub ich hab ihn geholt. Ich hab fünf Portsen. Fünf Kills stehen da Platz. Glatt kann mal stehen! Anfeinig! Oh nein! Oh nein! Ich stehe! Ich stehe! Was für ein Chaos! Nachladen, nachladen! Let's go! Was für ein Chaos! Boah Gott, ey! Das kriegst du nicht. Du scams grad mit irgendwen. Dann kommt irgendwer um die Ecke um meine Mutter und dann eine Rakete mit reinfeuern. Das ist so Affen. Ah! Schon wieder diese Richtungs-Scheiße hier. Komm schon! Huiiii! Give it to me! Nein! Ich will nicht nach oben! Ich muss auch springen, Junge! Wann springen! Ich komm so oft durcheinander mit dem E dabei, ne? Jaja! Ach Gott, ey! Entweder musst du nur Space drücken, oder nur E. Wenn du beidest machst, dann klappst du nicht. Das ist total feuer. Ratz! Aua! Eingeplankt! Jawoll! Ratz! Der braucht noch ein bisschen. Jetzt krieg ich auch noch einen Sack. Ach Gott, Mann, ey! Tobias! Du bist ein bisschen dumm. Solange du keine Airship, Bruderst... Macht keinen Sinn! Macht keinen Sinn! So, let's fucking go! Wuhuuu! Sagt er! Auf dem Leben, die Prügel! Aber war nicht meiner nach... Aua! Aua! Mittlerein dann noch! Naja, ich komm mit! Nein! Der musst du nachladen! Kratz! Komm schon, komm schon! Kann man das mitnehmen? Das können wir mitnehmen! Da ist einer! Let's fucking go! Granaten hab ich nicht! Das ist auch einer! Keine Granaten! Keine Mun! Wo ist er hin hier? Lad doch nach! Ich hab nichts! Ich hab keine Mun mehr! Jetzt fährt er wieder nach oben! Lad doch nach! Ey mein Gott! Er ist immer so eine Scheiße! Jawoll! Ich bin hier nur um aufrasten gerade innerlich! Gott! Kiste! 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 Was war er denn hier? Was ist das? Dich krieg ich jetzt, Panworth! Komm her, Vladimir! Nicht mehr! Das gibt's doch nicht! Und wieder kommt ein zweiter dazu! Das ist doch Scheiße! Jawoll! Oh, regt nicht das auf, ey! Nein! Nein! Ich hab's zu schießen! Nein! Macht doch keinen Spaß hier! Boah! Wie wir da im Gangbang waren! Ja! Er muss noch eine Granate runterverfahren! Komm schon! Nein! Gib ihm das hier! Den hab ich jetzt geholt! Aber war nicht mein Kill wahrscheinlich! Ich mich kenne! Ne, war's auch nicht! Der war wohl! Aber war... Oh Gott! Was ist denn sein Problem hier? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bei den hab ich mir weggenascht! Bald kommt der Kollege mit seiner Scheiße! Nein! Mit seinem Scheiß Schlaf hier! Den haben wir noch weggenascht! 10 Kills! Platz 6! So, wir kommt doch hier! Shortgun! Granate! Ah fuck! Und da kriegt er mich dann! Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Was hier passiert? Es darf doch wohl nicht wahr sein! Ein paar Sachen die gehen mir jetzt einfach auf den Zeiger schon! Ich hätte jetzt schon sagen, dass er sich da oben mit... Sich getötet! Oh, 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 oh! Nein! Der war schneller! Egal! Das war ein Selbstschordkommando. Ha, kaum. Machst du das? Nee, ich hab's hier richtig auch im Sack gekriegt gerade. Nein, das gibt's doch nicht. Fuck, 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 fuck. Einfach rein an die Bude. Komm, Shotgun, meine Kills, meine Kills. Jawohl, ja, ja. Ich glaub, ich hab was geholt. Ich glaub, ich hab was abgerohren. Hier oben ist immer Action. Oh Gott. Was glaub ich denn jetzt? Komm, ich sag mal was. Lass, lass, lass. Wir müssen mal sehen. 13 Kills, Platz 6. Jawohl. Mein Gott, das war jetzt aber auch eine schwere Geburt. Den hab ich weggemacht, 14 Kills, Platz 3. Jetzt wird's interessant. Komm runter, du feige Sau. Oh Gott, rein. Ich bin unten. Ich mein's doch gar nicht. Ich mein hier Freddy. Freddy, das gebe ich jetzt Freddy. Das weiß ich auch noch nicht. Hinter mir ist einer, der will mitmischen, der kriegt uns auf ein 6 von mir hin. Oh Gott. Nein, ich bin auf Platz 2. Ich bin auf 1. Halt dich. Freddy? Nein, jetzt starte ich hier, wo keine Sau ist. Hallo. Nein! Nein! Aber ich glaub, ich hab ein Team mehr. Gieß gar ne. Moin. Kannst du das auch? Ich kann's nicht. Nee. Ich kann's gar nicht. Oh Gott sei Dank. Mega, mega Laune. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Ich brauch noch einen. Komm, wir brauchen noch einen Kill hier. Wo sind die Geier? Ah, fuck. Komm jetzt echt. Jawohl, da hab ich einen Goal. Komm, 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 komm. Gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Nein! Gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Das ist so ein richtiges Ausratsspiel hier. So ein richtiges Ausratsspiel. Nein! Ich bin gerade noch so auf Platz 2. Ich war Platz 1. Fuck. Ah, komm ey. 20 Kills, ey. Das kann nicht wahr sein. Wir haben hier so viele Kills rausgeholt da auf dem Bude.